... die Möglichkeiten, gezielt Energie zu sparen. Einige Geräte, die ich im Haushalt benutze, waren erstaunlicherweise Stromfresser und einige nicht. Zum Beispiel, dass die Waschmaschine nicht so viel Strom verbraucht, als ich dachte, oder zum Beispiel der Fernseher mehr verbraucht im Standby, als ich dachte. Und auch, wenn man ein ganz normales Licht, Oberlicht, anschaltet, dass diese Wattzahl von den Böhren eigentlich gar nicht mal so groß ist, wie man denkt. Zum Beispiel eine 25-Watt-Lampe, dass sie nur 20 Watt verbraucht. Und durch diese Darstellung von dieser Box sieht man ganz genau die Wattzahl, die man jedes Mal zuschaltet. Der Verbraucher als Energiemanager einer modernen Energieversorgung. Dazu ein modernes Stromnetz für regenerativ erzeugte Energie. Und das alles bleibt für die Verbraucher bezahlbar. Die Energiewende kann kommen. Also 40 Euro mehr im Jahr. So viel würde ein durchschnittlicher Haushalt mehr bezahlen. Ja, so hoch sind die Kosten für den Netzausbau dann ja wohl doch nicht, wie von der Atomlobby unentwegt behauptet wird. Die Kosten sind durchaus kalkulierbar. Was fehlt, ist der Plan, wo die Leitungen langführen sollen. Und da kommt jetzt der Bürger ins Spiel, der sogenannte Wutbürger, der den Netzausbau angeblich bremst. Die Bürger sollen schuld daran sein, dass die neuen Leitungen nicht gebaut werden können, weil die Leitungen nicht vor dem eigenen Haus verlegt werden sollen. Energiewende ja, aber nicht vor der Haustür. Deshalb würden Land auf, Land ab Bürgerinitiativen verhindern, dass die schnelle Energiewende kommt. Vielleicht ahnen sie es ja schon, dass da vielleicht auch wieder Kalkül dahinter steckt und dass auch hier wieder jemand ein Interesse daran hat, den Ausbau der Stromleitungen auf die lange Bank zu schieben. Der Norden Deutschlands. Voll gepfropft mit Windkraftanlagen und ständig werden es mehr. Doch der von den Betreibern umweltfreundlich produzierte Strom wird oft umsonst erzeugt, weil er gar nicht abtransportiert werden kann. Pure Energieverschwendung der anderen Art. Direkt beim Erzeuger. Bei diesem fantastischen Wind, können Sie sehen, den wir jetzt haben, dass die Haare wehen, ist es so, dass die Windmülle voll Kraft laufen. Normalerweise 3600 Kilowatt pro Stunde an Strom. Aber im Moment null Kilowatt. Warum? Weil angeblich die Leitungen überlastet sind und wir nichts liefern dürfen. Was fehlt, um den regenerativ erzeugten Strom abtransportieren zu können, wissen die Betreiber. Ausreichend Leitungskapazität. Windenergie boomt. Die Höchstspannungsnetze sind überfordert. Hier ist der Rohstoffwind, aber eigentlich das dünnste Leitungsnetz. Das wusste man aber schon seit Jahren und man hätte schon vor Jahren anfangen müssen mit den Planungen, um dann neue Leitungen hier hinzustellen. Doch real gebaut werden in Deutschland nur wenige Kilometer neue Leitungen. Schuld daran sind Netzbetreiber wie die Firma Tenet, lautet die öffentliche Kritik. Tenet gehört zu den vier großen Netzbetreibern. Das Höchstspannungsnetz ist auf die Einspeisung großer Mengen regenerativer Energie gar nicht ausgelegt. So plant Tenet den massiven Ausbau. Seien es Leitungen zu den Windrädern auf hoher See oder neue Trassen quer durch Deutschland, um den Windstrom aus dem Norden zu den Verbrauchern in den Süden zu bringen. Der zusätzliche Bedarf ist gewaltig. Wir haben Transportbedarf und Ausbaubedarf schon heute von 500 Kilometer Leitungen allein in unserem Netz. Und werden in der Zukunft mit der Förderung und weiteren Ausbau Onshore und Offshore-Windenergie in Norden nochmal zusätzlich 20.000 Megawatt abtransportieren müssen. Das entspricht ungefähr 20 Großkraftwerken. Umso größer ist der Unmut gegen die Netzbetreiber, die alle gemeinsam in den vergangenen fünf Jahren nicht mal 100 Kilometer gebaut haben. Das aber liegt nicht an unternehmerischer Faulheit, sondern an dem komplizierten Abstimmungsprozess mit den staatlichen Behörden, verteidigt man sich bei Tenet. Wer bauen will, muss erst einmal lange auf Genehmigungen warten. Genehmigungsverfahren für neue Stromleitungen dauern sehr lange. Erfahrungsgemäß sind es etwa acht bis zehn Jahre, bis das zweistufige Verfahren durchlaufen ist. Wir würden begrüßen, wenn es dazu eine Strafung kommt und wir die Verfahren beschleunigen können, um beispielsweise Jobbeprüfung zu vermeiden und ein straffes Genehmigungsverfahren bei einer Behörde zu haben. Warum in der Bundesrepublik acht bis zehn Jahre ins Land gehen müssen, um eine einzige Stromleitung bauen zu dürfen, dazu möchte man sich bei den zuständigen Ministerien lieber nicht äußern. Die Bundeskanzlerin hat im Parlament inzwischen längst ganz andere Schuldige für den schleppenden Leitungsbau ausgemacht. Die Bürger sind es. Wer erneuerbare Energien will, darf sich den dafür erforderlichen großen Stromtrassen, die neu gebaut werden müssen, nicht verweigern. Diesen Schuh ziehen sich Umweltorganisationen und Bürgerinitiativen aber nicht an. Beim Naturschutzbund Deutschland hat man gegen einen Netzausbau prinzipiell überhaupt nichts einzuwenden. Bei den bis heute beantragten Leitungen gibt es nur in wenigen Fällen Proteste der Bürger. Von den 15 bis 20 Projekten, die im Moment anstehen, sind höchstens bei drei oder vier wirklich die Proteste der Bürger vor Ort mitverantwortlich dafür, dass die Projekte langsamer vorangehen. In allen anderen Fällen liegt es an den Netzbetreibern oder an den Behörden, dass der Netzausbau nicht schneller vorankommt. Netzmeeting beim Deutschen Umweltverband. Einträchtig sitzen Bürger, Netzbetreiber und Energieunternehmen zusammen. Einmütig wird beklagt, dass eines fehlt. Eine Planung der Bundesregierung, wie der Ausbau des Stromnetzes aussehen soll. Wir meinen, die Bundesregierung muss klare Vorgaben machen, wo wir hinwollen, wie die Energieversorgung in 30, 40 Jahren aussehen soll. Und dann prüfen, welche Stromtrassen oder Trassenkorridore brauchen wir wirklich. Das ist Aufgabe der Bundesregierung unter Beteiligung der Bevölkerung und der Umweltverbände, aber nicht Aufgabe der Übertragungsnetzbetreiber. Nennenswerte Ausbaumaßnahmen von Stromleitungen wird es also erst dann geben, wenn die Bundesregierung eine dementsprechende Planung vorlegt. Die steht aber seit mehr als zehn Jahren aus. Und seitdem ist vollkommen unklar, wohin die massiven Investitionen in das Stromnetz eigentlich fließen sollen. Diese Lücke politischer Planung können auch Studien, Gutachten und Experten nicht wettmachen. Sie können nur Möglichkeiten aufzeigen. Wenn die Politik will, lässt sich heute noch der erforderliche Netzausbau realisieren. Um bis 2020 den Ausstieg aus der Atomenergie zu ermöglichen. Ja, selbstverständlich. Also ich gehe davon aus, dass diese acht Kraftwerke, die jetzt schon stillgelegt wurden, nie wieder ans Netz gehen. Die können wir ohne weiteres verkraften. Und die anderen neun, wenn man sehr ehrgeizig ist, sicherlich weit vor Ende des Jahrzehnts, also vielleicht schon 2016, 2017, wenn man ein bisschen as usual machen würde, spätestens 2020 muss Schluss sein. Die Bundesregierung muss also schnellstens ihre Hausaufgaben machen. Sonst wird es erst einmal nichts mit den Trassen, die mehr regenerative Energie zum Verbraucher bringen. Der deutsche Nachbar Dänemark hat übrigens längst beschlossen, Hochspannungsleitungen unter die Erde zu legen. Offenbar geht's. Also, fassen wir nochmal zusammen. Der Atomausstieg führt nicht zu drastisch erhöhten Strompreisen. Und neue Netze sind nötig, um die Energie von vielen kleinen Produzenten einzuspeisen. Es gibt aber noch einen wichtigen Faktor, der ganz entscheidend dafür ist, wie sehr die großen Stromtrassen ausgebaut werden müssen. Und das hängt mit dem Strom zusammen, den wir überhaupt benötigen. Egal wo, ohne Energie und vor allem Strom läuft nichts. Um unseren großen Stromhunger zu stillen, werden in Deutschland rund 620 Terawattstunden Strom erzeugt. Das entspricht etwa der jährlichen Stromproduktion von mehr als 110 großen Steinkohlekraftwerken. Dabei könnten wir heute schon unseren Stromverbrauch deutlich reduzieren, wenn wir ihn effizienter nutzen würden. Das sagen die Experten am Institut für System- und Innovationsforschung. Sie beraten unter anderem die EU in Sachen Energieeffizienz. Also ich würde sagen, dass man heute ohne größere Anstrengungen vielleicht zwischen 20 und 25 Prozent eigentlich in jedem Sektor einsparen könnte. Sowohl bei den Häusern, als auch bei den Autos, als auch in der Industrie. Fangen wir in den eigenen vier Wänden an. Wir kochen, waschen und kühlen und nutzen dabei die Errungenschaft der Elektrizität. Ein wahrer Segen. Allerdings ein wenig sparen könnten wir schon. Die Technik dafür ist längst auf dem Markt. Hier ein paar Beispiele aus dem Haushalt. Alleine kühlen und gefrieren machen bei einem Durchschnittshaushalt etwa 14 Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus. Würden hier die neuesten und energieeffizientesten Geräte eingesetzt, dann ließen sich davon schon 53 Prozent sparen. Ein anderer stets vorhandener Stromverbraucher im Haushalt ist die Beleuchtung. Sie macht etwa 8 Prozent des Gesamtverbrauchs aus. Mit Energiesparlampen und LED-Lampen ließen sich davon rund 55 Prozent sparen. Addiert man den Stromverbrauch dieser beiden Teilbereiche, dann ließen sich so schon etwa 16 Terawattstunden im Jahr einsparen. Das entspricht der Produktion von etwa drei großen Steinkohlekraftwerken. Und das sind nur zwei Möglichkeiten, wie wir mit moderner Technik zu Hause problemlos Strom sparen können. Wie sieht es mit den anderen Bereichen aus? Machen wir weiter mit der Industrie. Etwa anderthalbmal so viel wie die Haushalte verbrauchen die deutschen Industrieunternehmen jedes Jahr an Strom. Elektromotoren, Pumpen, Druckluft. Das alles wird gebraucht, um Maschinen und Fließbänder anzutreiben. Wie zum Beispiel in dieser Textilfabrik. Jede Menge Strom ist notwendig, um diese Stoffbahnen zu verarbeiten. Ein Effizienzbeispiel. Etwa 68 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in der Industrie werden genutzt, um elektrische Motoren anzutreiben. Durch effizientere Antriebe ließen sich hier etwa 25 Prozent an Strom sparen. Elektromotoren wie dieser Walzenantrieb finden sich überall in der Industrie. Sie gehören daher zu den sogenannten Querschnittstechnologien. Also Technologien, die in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Hier kann viel Strom gespart werden. Weil diese Querschnittstechnologien nicht unbedingt der Hauptaugenmerk der Unternehmen sind. Ein Unternehmen konzentriert sich auf die Kerntechnologie, das sind die industriellen Prozesse, mit der zum Beispiel eine Ware hergestellt wird. Und solche Querschnittstechnologien gehören vor allem so zu den Hilfsaggregaten. Und die stehen nicht unbedingt im Vordergrund der Betrachtung. Ähnlich wie in der Industrie ist es im Bereich Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Auch hier könnte man bei den Elektromotoren und der Beleuchtung sparen. Und zwar etwa 24 Terawattstunden. Rechnet man die Sparbeispiele aus allen drei Bereichen zusammen, dann kommt man allein hier auf eine Stromersparnis von 81 Terawattstunden. Das entspricht der Produktion von 15 großen Steinkohlekraftwerken. Und dabei haben wir in unserem Rechenbeispiel längst nicht alle Einsparmöglichkeiten im Bereich Strom berücksichtigt. Längerfristig kann natürlich eigentlich nur der Weg so bestehen, man muss im Grunde genommen weit mehr als die Hälfte von unserem heutigen Energieverbrauch wegsparen. Manche sagen bis zu 80 Prozent am Ende dieses Jahrhunderts. Und den Rest weitgehend durch verschiedene Arten von Erneuerbaren eben erzeugen. 80 Prozent weniger Energieverbrauch. Dieses ehrgeizige Ziel will man bis zum Ende des Jahrhunderts erreichen. 20 Prozent weniger könnten wir heute schon schaffen, wenn wir die bereits vorhandene Technik nutzen würden. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie Sie zu Hause eine ganze Menge Energie sparen können, dann schauen Sie mal auf unserer Homepage nano.de nach. Dort haben wir viele Energiespartipps eingestellt. So viel von uns für heute. Morgen sehen wir uns wieder, dann auch wieder mit einer regulären Ausgabe von nano. Bis dann. Tschüss.